Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Pia Tillmann, 35, ist ein neuer Mensch. Die Schauspielerin gehört zu den 10 Darstellern, die Köln 50.667 verlassen mussten. Doch die Freundin von Siko Barnack, 31, war nicht traurig wegen der Kündigung, ganz im Gegenteil freut sie sich jetzt auf ihr neues Kapitel. Außerdem erklärte sie bereits, dass sie wegen der Serie ihr Äußeres nie grundlegend verändern dürfte, doch jetzt kann sie sich endlich ein paar neue Tattoos zulegen. Und damit nicht genug, Pia gönnte sich nach ihrem Köln 50.667 Exit ein richtiges Umstühling. Am Wochenende präsentierte die Influencerin ihren neuen Look auf Instagram, Pia ging mit langen blonden Haaren zum Friseur und kam mit einem stylischen Bob in Orang-Rot wieder raus. Die 35-Jährige. Und damit machte sie mit ihrem Freund und Familie. Vielen Dank für die Video. Vielen Dank.